Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Unboxing. Es kam wieder was schickes. Was da drin ist, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ein paar Aritäten und Funkeartikel. Ich würde sagen, wir öffnen das Paket. Und die Tonqualität ist doch einfach nur herrlich, oder Leute? Mal kurz so nebenbei. So, übrigens frohes neues Jahr an alle. Ich hoffe, ihr seid gutes neues Jahr reingekommen. Ich bin überhaupt nicht ausgelastet, also ich habe so viel Bock auf Feuerwerk noch. Das hat mir dieses Jahr, ich hatte sehr viel und so, aber ich habe am liebsten noch viel länger geböllert. So, das ist ein kleines, aber feines Unboxing. Wollen wir das Verpackungsmaterial. Hier sehen wir schon was. Geil. Oha, da sind wir. Okay, wir sind schon mal Funkartikel. Hier haben wir die China-Böller A. Jetzt habe ich sie auch endlich bekommen. Oh, die sind viel härter als die China-Böller B. Das kann ich schon mal sagen. Also, die sind, die sind total weich. Und hier, ah, China-Böller C von Funke. Jetzt kann ich es auch endlich testen. Die sind ja mal relativ dünn, wie ich sehe. Im Vergleich die D-Böller. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 15 Gramm auf 5 Böller. Und hier 18 Gramm auf 4 Böller. Hm. Hätte nicht gedacht, dass die so dünn sind, die C-Böller. Na ja, so ist es halt, ne? Was wir mal machen. Hier sind noch weitere D-Böller. Noch weitere 4 Päckchen D-Böller von Funke. Und hier noch weitere 4 Päckchen C-Böller von Funke. So, dann haben wir hier ein Crash-Sortiment. Hier haben wir ein Crash-Sortiment. Oh, das sieht doch richtig gut aus. Schicke Sache. Schicke Sache. Dann haben wir hier noch weitere D-Böller. Moment, dann war es doch wieder schon. Nämlich das Mega-Bang von Kellerfeuerwerk. Richtig fett. Also hier sind etliche Super-Böller 2 und China-Böller D drin. Mehrere China-Böller A und etliche Pyro-Cracker. Ja, der Hammer. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Dieses Sortiment ist insgesamt, wie ich sehe, dreimal enthalten. Ja. Und ich... Ah, ich tue die Kamera mal umputzt hier hin. Das war's schon. Mehr Artikel sind das gar nicht. Das war das kleine, aber feine Anbocken. Hier haben wir die ganzen Sortimente von Raritäten und allem. Und hier haben wir die Funke-Böller. Und ja, das ist einfach nur Hammer, ey. Genial. Ja, das war's auch schon. Ganz kurzes und knappes Video. Ich werde euch nochmal ein bisschen auf den Laufenden halten. Ich lebe noch. Ich habe die Ferien gut überstanden. Und ich werde... Leute, ich werde richtig geile Videos mit den Funk-Artikel machen. Glaubt mir. Ich werde demnächst auch noch ein bisschen... Ähm... Ja, ihr könnt gespannt sein. Es werden noch coole Sachen kommen. Ja, gebt den Daumen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ähm, Dankeschön. Für die ganze Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Vor allen Dingen im Dezember. Da sind die Aufrufzahlen alles ja wirklich in die Höhe geschossen. Vielen Dank dafür. Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein. Und bis dann, Leute. Gute. Gute. Get down. Get down to the to the B-Side. Bis zum nächsten Mal.